Hey Freunde, herzlich willkommen hier zurück bei Dragon Age Inquisition und ich bin nicht der Inquisitor, ich bin Dorian auf Yoshi. Ich wandere jetzt wieder rüber, also zu dem Uticaal-Gebiet. Jetzt muss ich mal schauen, hier haben wir den ersten Drachen geschlagen, wir sind natürlich jetzt hier. Ja, es fehlt noch der letzte Drache und dann haben wir alles in Inquisition. Ich schätze mal, also hier im ersten Rondell war ja der kalte Prinz, unser Hivanal. Der kalte Zahn war im zweiten Rondell und das dritte ist aber leider recht zerstört. Also ich weiß nicht, ob wir den dort finden, aber ich vermute es stark. Jetzt hatten wir zwei Kältedrachen und ich schätze der letzte, der König, der Drachen wird nicht so einer sein. Ich habe da eine ganz andere Vermutung, also wenn Strom ist, dann... Jetzt wird es peinlich, ich mache hier so eine epische Ansprache und dann kommt hier sowas. Warte mal. Super. Sehr schön, wir haben es umgegangen. Ja, wir müssen uns ja nicht so beeilen, ne? Ne, Dorian? Machen wir mal ganz ruhig. Ja, also der dritte Drache, der letzte, der König von allen. Oh, oh, oh. Habt ihr so meine Pänkling? Lass mich raten, ich passe da eh wieder nicht durchs Tor. Oh, oh, oh. Okay. Ey, jetzt passe ich hier wieder nicht durch, ne? Oh, Mann. Ist ja peinlich. Yoshi, deine Hörner passen nicht da... Ah, da, rein. Jetzt. Ah. Okay. Ich habe hier Ausdauer, man muss es mir erlassen. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier hochkomme. Ja, jup. Das müsste der zweite Turm sein. Und das da drüben ist das dritte Randell. Oh, oh, oh. Also ich nehme wieder unsere Standard-Drachentöter-Gruppe. Ähm, wie gesagt, Resistenz-Ranking, ja, who knows? Ich weiß noch nicht mal, was das ist. Bisher haben wir ja mit unserer Taktik doch noch ganz gut fahren können hier. Ich hoffe, das wird jetzt auch so sein. Lass mal hier kurz reinschauen. Da unten ist irgendwas. Das geht ja da echt runter, ne? Okay. Dann müssen wir uns das mal anschauen. Entdeckt Leon... Leon-Tangitines-Ring. Und damit haben wir auch alle Regionen in Empree. Oh, wie schön. Oh, Leute, wisst ihr was? Oh, oh, oh. Ich höre ihn doch schon. Wartet mal. Falls ihr auch mal spielen wollt und eure Gui ausblenden wollt, so könnt ihr es machen. Draw, nee, draw. Enable. Null. Ach, komm schon. Draw. Eins? War das Eins? Nee. War doch Null. Jetzt, komm schon. We draw enable. Verdammt. Es geht auf jeden Fall mit diesem Command... Ach so, muss ich das großschreiben? Warte mal. Draw. Ups. Draw en... Enable. Null. Verdammt. So geht's aber. Das mach ich immer für die, ähm... Knallheit in der Oberstadt folgen. Oh. Oh Gott, ist der laut, ne? Ich mag mich nicht vortrauen. Hallo? Hochlandwüter? Wo zur Hölle ist der denn? Ich höre ihn nur röcheln. Da unten, liegt er. Okay, was bist du denn? Bild, nein! Ich kann nicht weiter. Anfällig für Kälteschaden. Er ist ein Feuertrache? In der Senke? Wollt ihr mich verarschen? Oh, nee, ne? Höhere Feuerresistenz und alles, na ist ja klar. Oh, in der Senke mit Feuerpfützen. Na super. Ist ja perfekt. Na, hör auf, Dorian. Noch nicht, noch nicht angreifen. Der schläft noch. Komm, wir pirschen uns ran. Oh Gott. Komm ich denn hier überhaupt heil runter, sag mal? Kommt der vielleicht hoch oder so? Ähm. Speichern, ich kann noch speichern. Dann mach ich das mal. Hi, aufwachen. Da unten. Freunde, wo lauft die... Ah, die laufen den richtigen Weg. Naja, gut. Oh, seht mal, ein Drache. Ach. Dabei hatte der Tag so gut angefangen. Ja, ne? Pam. Und noch mehr. Der ist anfällig für Kälte. Dann kommt der Shepard mit seinem Stab ja super zurecht. Warte mal. Jetzt bin ich mal da ran. Oh, 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 oh. Ich hab ihn wohl unterschätzt. Man sollte wahrscheinlich auch unten kämpfen. Aber ich weiß halt echt nicht, wie ich grad runterkomme. Warte mal, hier runter, da. Pup, 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 pup. Hier könnte man runter. Hm, jetzt ist, äh, it's too late. For apologize. Ähm. Magst du, kannst du hier oben hin? Darien? Dann lauf mal. Äh, du seist den Drachen da unten angreifen. Ja. Hm, hm. Vielleicht auch nicht so. Oh, was macht denn der hier? Ist das eine Mine, oder was? Okay, komm, weg. Okay, es ist irgendwas. Dann geh ich jetzt doch mal hier runter. Ja, hoffentlich überlebe ich das. Oh, 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 oh. Mit Gottes Willen, ich hätte den noch nicht angreifen sollen. Ah. Oh. Hm, hm. Danke. Danke, ist echt toll. Jetzt sind wir alle unten. Aber auch alle ein bisschen angeknuspert, ne? Knusper ich. Angeknusper, knusper. Hm, Dorian ist schon jetzt tot. Ja, wie kommt sie jetzt runter, ne? Ist die Frage. Ich glaube, du darfst mal springen, meine Liebe. Ja. Ist halt so. Machen wir schon. Bist du gegen sowas hier anfällig? Ich weiß es nicht. Äh, wo liegt jetzt... Ah, die liegen ja beide auf einem Haufen. Das ist ja perfekt. Warte, so. Irgendwie war es. Wieso stirbt noch mehr und schon wieder? Können wir das mal jemanden erklären? Oh. Ei, ei, ei. Nicht, nicht das Mäulchen. Dorian ist tot. Mal wieder. Muss ich ihn schon wieder holen? Los. Dorian, nimm du dir mal hier so einen Schlüsseltrank. Und du auch. Ähm, ich, ja. Was mache ich denn? Hier, die vier. Ist frei. Alles klar. Los, 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 los. Oh, das wurde... Oh, mein Gott. Ach, ich verstehe. Okay, ich hab's ja schon... Dorian! Dorian, wie soll ich dich denn wiederbeleben? Mh, 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 mh. Hallo? Ähm... Dorian? Was zur Hölle? Äh, was? Hi. Das ist ja super. Oh, jetzt muss ich auch noch hin. Jetzt bin ich tot. Wah! Natürlich, ne? Du bist so eine richtige Klacknase. Ich glaub, das können wir gleich nochmal laden. Oh. Jetzt müssen wir alle aus diesem... Ähm... Der macht hier irgendwelche Flächenbrandzauber auf jeden Fall. Raus hier. Und, ähm... Du bist schon draußen, ne? Muss ich die Position halten? Ich hoffe, sie bleiben so. Wir schauen uns das mal an. Oh, oh. Ist das Cassie erwischt? Wir nehmen nochmal einen Schluck. Und Dorian liegt diesmal auf dem Boden. Na, immerhin. Dafür ist Cassie tot. Das kann ich halt nicht, ähm... Ich kann nichts machen in der Zeit, wo ich wiederbelebe. Das ist immer das Blödeste. Du gibst Barriere? Sehr gut. Ich nehm mal so einen Trank, wo wir gerade zusammenstehen. Und Cassie, du hast noch eine Fokuskraft vorher. Los, hau rein. Irgendwie müssen wir das ja schaffen. Oh, oh, oh. Echt? Feuerpfützen schon... Oh! Halt! Raus hier. Äh, hier lang. Cassie, Cassandra... Also Cassie hier lang. Und Blackwall auch hier die Richtung. Los geht's. Verteilen, verteilen, verteilen. Ja. Das haben wir diesmal gut hingekriegt. Jetzt laufe ich mal wieder zu Dorian. Äh, äh, äh. Oh Gott. So. Und nochmal. Oh! Shield! Geister mal. Kannst du dir jetzt gerade mal klicken? Äh, knicken. Digga. Knick dir das. Raus da! Au. Autsch. Autsch. Dorian ist hart verletzt. Hart. Du nimmst so einen Trank. Sag mal, Cassie, du hast doch jetzt auch so einen Trank aktiviert, oder nicht? Nee, hast du nicht. Ah. Krotzt du schon wieder irgendwas? Ja, irgendwie schon. Oh! Halt! Dorian. Dorian. Sehr gut hierhin. Äh, Cassie, ihr seid ja schon raus. Ich sag einfach mal, dass sie ein Stück laufen sollen, weil... Jetzt laufen sie da gleich wieder rein. Gott sei Dank bleiben wir mal hier immer auf einem... auf einem Feld stehen hier. Puh. Ja, wie willst du denn... Autsch. Dorian! Au. Au. Ich hab keine Barriere. Ja, deine 4 ist ja gleich bereit, ne? Okay. Shepard, du bleibst aber wirklich hartnäckig hier in so einer Pfütze stehen, ne? Das gefällt dir wohl. So, dahin und... Ach. Mach mal das Ding weg. Was machen wir denn jetzt? Äh... Natürlich, ne? Oh! Halt, 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 halt. Äh, Shepard ist raus. Dorian, du auch? Stell dich mal da hin. Habt ihr hier so einen Kreis? Ne, habt ihr nicht. Ja, dann geht's. Ja, jetzt muss ich auch noch rein, ja? Shit! Dorian, ah, Dorian! Nicht drauf gehen jetzt! Alter, wie siehst du denn aus? Hey! Green Mustache! Nice! Kannst du dir mal selbst Barriere geben, bitte? Dann stirbst du her. Och, du grüne Neune! Ähm, das ist doch hier so Cassys Kreis. Lass mal da reingehen, Dorian. Und ihr müsst ja auch nochmal raus. Besten hierhin und... Blackwall, du auch. Auf, Shepard wechseln und los geht's! Ups! Dorian, du bist nicht gelaufen! Ja, super. Super, super. Warte. Ähm, hier. Jupp. Hab ich jetzt... Ah, verdammt, ich hab's nicht geworfen, weil ich wieder was anderes gedrückt hatte, aus Versehen. Dorian, so. Jetzt wieder zurück. Ich hab gar nicht so auf den Drachen geachtet. Wie weit haben wir ihn denn jetzt schon runter? Ein Drittel? Oh Gott. Besten Voraussetzungen ever. Hier, noch ein bisschen Strom. Ach, was nicht geht hier. Und weiter. Wär schön, wenn wir jetzt einfach mal kämpfen könnten. Ähm, Dorian ist schon wieder ein Geist. Das kann ich sagen. Kannst du dich selber wieder beleben? Nö. Awesome. Meine Lieben. Awesome. Also dahin, Shepard, bist du auch... Du bist auch in so einem Ringen. Hier lang. Ja, das hast du dir jetzt auch so gedacht, ne? Oh, Shepard, lauf! Lauf, 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 lauf! Natürlich erwische mich! Oh! Darf ich vielleicht mal zu einem wechseln oder so? Dankeschön. Echt, echt Töchter von euch. Shepard. Cassandra, das kann doch nicht wahr sein. Hingehen. Pause. Drücken. Machen. Tun. Das. Yes, yes, yes. Eingabe. Die Eingabe versaut alles. Nochmal. Machen. Los. Geht doch. Blackwall. Du ebenso. Machen. Nein. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, hier. Sehr gut. Oh Mann. Jetzt muss ich gleich mal zu Dorian wechseln. Damit der... Wieso sterbe ich denn sofort? Ich raff's nicht. Oh. Scheiße. Muss das jetzt sein? Ah. Raus da aus dem Kreis. Äh, Blackwall, du bist... Du bist raus. Okay. Wieso stirbt denn hier die ganze Zeit mein Heiler, obwohl ich ihn wiederbelebe? Dorian. Jetzt ist aber auch mal gut. Komm mal aufstehen jetzt. Oh fuck. Oh weiße. Gerade als ich ihn wiederbeleben will, oder was? Na. Ey, jetzt schubst du mich doch nicht so. Ich muss gerade mal meine Leute holen. Oh, jetzt... Jetzt will ich nicht drauf gehen. Jetzt haben wir ihn fast. Oh. Weg, weg, weg. Ah. Blackwall, bist du raus? Nee. Oh. Ei, 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 ei. Okay. Hul jetzt, Dorian. Meine Güte. Wieso stirbt der denn die ganze Zeit? Nehmen. Vier. Pam. Dankeschön. Oh, Gottes Willen. Ich habe es einigermaßen retten können. Puh. Puh, puh, puh. Nicht aufm... Stopp, 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 stopp. Stopp, stopp. Dorian, lauf. Nein. Da kommt die Suppe. Da kommt die Suppe. Ha. Ich habe Barriere. Arsch. Ja, auf die Pfote, auf die Pfote. Gottes Willen, ja. Hust, 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 hust. Da. Oh Gott. Cassie, du hierhin. Dorian, du stehst auch mittendrin. Also, sie laufen ja schon. Also, die KI merkt schon, dass das irgendwie scheiße ist. Das ist irgendwie scheiße. Und Blackwall, du einfach hierhin. Und ich im Springen. Ich werde mich mal nach da... Oh. Okay. Schön. Blackwall ist gleich wieder reingelaufen. Puh. Puh. Einfach nur Puh. Dorian wird es nicht überleben. Ich eventuell schon. Dorian hat es nicht überlebt. Nein, ich habe den Dorian Back. Och, du Scheiße. Und ich habe keine Tränke mehr. Ich kann jetzt nur noch zweimal wiederbeleben, wenn das hier nicht klappt, ne? Okay, das sollte für beide reichen. Wo geht denn das... Hallo? Wo geht denn das hin? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Okay. Für die... Also, es hat... Irgendwie hat das... Hat Blackwall das an die Mauer geworfen. Aber es hat gereicht. Also, manchmal diese Bugs, ne? So, wir müssen jetzt hier weg. Digga. Digga, wir müssen hier weg. Renn. Lauf. Oh, man muss sich hier ganz schön viel bewegen beim Kampf. Und ich hier hin. Und irgendwo hier liegt da auch Cassie. Cassandra. Verdammt. Benutz mal deine Fokuskraft. Äh, ich tue es auch gleich. Hm. Der braucht die Rissfähigkeit. Hier. Hochlandwüter. Du hast es getan. Wo liegt denn Cassandra? Verdammte Axt. Mach's weg da. Brauchen die auch mal als Thumb-Nähne, so. Wo zur Hölle? Das ist... Das areal ist voll klein. Und wo liegt Cassandra? Who knows? Ich seh sie nicht. Seht ihr sie? Hier sind wir zur abgeknapperten Gern-Skelette. Cassandra ist einfach... Ah, da hinten. Warte mal. Ich glaub, ich hab sie. Hier. Hier hinten liegt sie. Das muss denn Blackwall machen. Blackwall. Lauf. 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 Ich komm nicht ran, ne? Cassandra ist wieder da. Okay. Trank. Trank. Und los geht's. Bitte, bitte. Lass mich doch mal wenigstens einmal zaubern, du Arsch. Oh Gott, ey. Bitte, bitte, bitte. Boah, der ist aber wirklich echt penetrant schwer. Ich würde nur ein bisschen, ein kleines bisschen zaubern. Oh Gott. Wer kriegt's ab? Shepard. Glaube ich. Ne. Dauernd, du nicht. Du nimmst einen Trank. Ey, du bist hier echt der Wichtigste. Digga. Digga. Mensch, digga. Äh, was? Hochland? Haa. Hihi. Drachenjäger. Chris hat gesagt. Alles. Oh. Mit mir? Ihr schont euren linken Arm. Das ist nur ein Kratzer, der heilt mich morgen. Ich weiß eure Sorge zu schätzen. Ihr seid noch immer Teil der Inquisition und macht weiter ohne zu mohren. Solange ihr uns dient, betrachte ich euch als unverletzt. Danke, Sucherin Cassandra. Oh Gott. Jetzt unterhalten die sich über sowas her. Wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn, Freunde. Boah, ist das genial. Ich bin ja wieder verzaubert hin und weg. Aber der war jetzt echt brutal schwer, besonders jetzt so im Mittelkampf. Oh. Aber gleich beim ersten, also beim ersten Mal. Wahnsinn. Wir sind leider nicht aufgestiegen. Das heißt, wir werden das, puh, wir werden das DS-Gebiet mit Stufen drunter betreten. Naja, was so oldet. Doch ihr seid aufgestiegen, ne? Oh. Boah, ey. Wie das angefangen hat und wieder noch runtergestürzt sind. Wie blöd ich mich mal wieder angestellt hab. Oh Mann. Haben wir mich trotzdem noch gekriegt. Oh, puh. Alle Drachen getötet. Alle Drachen. Und ich hab sie auch alle gezeigt im Let's Play. Also ich bin ja jetzt doch schon ein bisschen stolz. So, was hast denn du für uns? Komm, komm, komm. Jeder will es sehen und wissen. Die Mähne des Herzogs. 46. Wow. Plus 8 Stärke. Heilungsbonus. Oh, krass. Die Hüterrobe. Eine leichte Rüstung. Stufe 3. Hey, genial. Such ich doch gerade. Das nehmen wir schon mal auf. Das wissen wir ja. 225. Boah. Heftig. Fähigkeiten kosten 7,5% weniger Mana. Außer... Die ist gut. Die ist wirklich gut. 324. In Deutsch. Ich glaub, wir müssen dann nochmal selber irgendwie neu ausrüsten. 30 Block Minimum. Und die Hüterrobe. Oh, die wird bestimmt cool aussehen. Oh je. Oh Mann. Das zeig ich euch ja dann auch nochmal. Im DSC-Gebiet kriegen wir ja eh wieder neue Pläne. Das ist ja dann irgendwie so ein bisschen hinfällig hier mit Stufe 3. Ein bisschen Zeug haben wir ja auch schon davon. Oh Mann. Bin ich froh. Gespeichert hab ich auch schon. Puh. Was kam? Das Silberit nehmen wir noch mit. Und da war jetzt auch irgendwas am Kartentischeinsatz verfügbar, ne? Jetzt muss ich mal auf der Karte schauen. Ja, damit haben wir echt alles. Ach, ich glaub hier in der Himmelsfeste, den können wir noch Bescheid geben. Haben wir jetzt hier alles? Hier hinten geht's doch noch lang. Was ist da? Wir wollen es wissen. Da wäre wahrscheinlich der übliche Eingang gewesen. Wann man denn eigentlich so von hier kommt so unter... Oh Gott, Drache! Ja. Ich mach's halt irgendwie immer anders. Uh, Silberit mitgenommen. Oh, da ist auch Silberit. Jetzt röcheln hier trotzdem noch Drachen, aber uns kann hier nichts mehr die Wäsche... Was? Die Leine reichen so rum. Was? Welche Leine? Jetzt rede ich hier wieder. Ja, achso. Man kommt hier eigentlich von hier runter. Verstehe. Ja gut, wir sind jetzt den nicht üblichen Weg gegangen. Das rutscht mal, ihr Lieben. Ich wollte jetzt eigentlich noch zur Oase reisen, damit wir das noch schaffen. Verlandaris? Gut. Ähm, brauchen wir jetzt nicht. Fein! Alles abgeschlossen. Wollen wir mal das hier durchgehen, ne? Ich hab... Wir haben eine Ebenen und so. Das sieht alles jetzt so sauber aufgeräumt aus. Perfekt. So sehen sie überall aus. Klasse. Wir gehen zurück. Ups. Ich wollte eigentlich zurück zur Weltkarte. Äh, verbotene Oase. Äh, am besten... Oh Mann, das sehe ich hier nicht, ne? Hier, so, nimm mal das. Und wir sehen uns gleich. So, meine Lieben. Oh Mann, ey, dieser Drache, ne? Haben wir geschafft. Ich muss es einfach nochmal sagen. Das ist so... So klasse. Mann, ey, genial. Dass wir die... Wir haben die auch noch im First Trident alle geschafft, ne? Was ich so nie hingekriegt hab. Haben wir jetzt geschafft. Oh Mann. Elfenwurzel. Oh, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ihr hattet ja auch noch richtige Drachenwoche, ne? Wenn ich so überlege. Und wie die letzten vier Drachen jetzt innerhalb weniger Tage. Aber so ist das immer. Äh. Was bist du eigentlich? Ach, dieses Tasket, ne? Obwohl diese Snoufleur-Schweine irgendwie genauso aussehen. Fennec, lauf! Lauf, Fennec! Warte mal, habe ich jetzt die richtige Höhle erwischt? Ja, ich habe die richtige Höhle erwischt. Man kommt irgendwie nicht anders hin an diese, ähm, verbotene Oase. Äh, 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 äh. Das müsste jetzt also genau aufgehen. Also wenn ich keine vergessen habe, ähm, ist das denn auch erledigt? Ähm, war das hier rum? Oh Gott, ich weiß es doch nicht mehr. So oft ist man hier jetzt nun auch nicht. Ah ja, genau. Drachendorn. Hör mal mit. Wächst ja hier immer. Ob wenn die eine besondere Belohnung oder sowas bekommen? Das wäre schon irgendwie schick. Wenn ich, du warst schneller als ich. Ah, ich habe schon wieder... Ah, ne, ihr habt ja gesagt, gegenüber ist ein Schleierfeuer. Diese Rune da, ne? Ich guck mal, ob es da eins ist. Ne, hier nicht. Hier auch nicht. Da nicht. Schleierfeuer, Tatsache. Dankeschön nochmal für den Tipp. Jetzt brauche ich es. Gut. Mal schauen, was wir kriegen. Wenn das jetzt irgend so ein Plan ist und das ist keine ausgezeichnete Rune, dann bin ich sauer. Ach nee, es ist was zu lesen. Uralte Schrift. Die Bedeutung der fließenden uralten Schrift ist zunächst unklar, wird dann aber langsam klar. Möge der Pfad den Gefallen gewähren, den du dir verdient hast. Ganz kurz tauchen kniende, meditierende Personen auf. Sie sind von hellem Licht umgeben. Dann verblasst das Bild. Was? Von knienden, tauchenden Personen? Keine Ahnung. Äh, hier hatten wir, glaube ich, alles, ne? Dieser Flammenzweig, der war komplett... Den haben wir, glaube ich, gemacht. Na, wie sieht's aus? Oh Gott, ey. Ja, ich glaube, das hier haben wir alles. Ja. Sind nur noch die beiden anderen, also Geist und Kälte. Ich hab auch kurz mit Jolina gesprochen, die meinte auch, also ich werde diese Oase, diese Resistenzen hier, werde ich definitiv brauchen. Explizit meint sie Kälte. Ja. So, hier haben wir schon ein bisschen was. Und da ist die nächste Tür. Bing, 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 bing. Cool. Erkunde die Kammer. Machen wir. Ja. 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 Ein bisschen... Oh. Steht da was hinter mir? Nee. Gott, die sind sofort weg, ne? Mit hier einem Schlag. Danke, ähm, Dorian. Hier nochmal Feuer. Ja. Untod. Aua. Ich trete natürlich schön in die Mine. Und dann blindern wir erstmal. Hier haben wir nur ein bisschen Gold. Und hier sicherlich auch. Ja. Was haben wir hier noch? Ähm, Stufe 2. Ja, gut. Wir haben uns ja auf... Wir haben es uns ja aufbewahrt. Also, wir sind ja nicht immer hingegangen, wenn wir wieder neue Scherben hatten. Ja, Scherben, nimm es mit. Komm. Resistenzen, bitte. Mächtige... Oh. Oh, oh, oh. Und ein seltener Ring. Für eisige Umarmung. Ja, gut. Bling, bing, 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 bing. Piu, 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 piu. Piu, piu, piu. Sehr gut. Die nächste Tür machen wir auch gleich. Ähm. Hier war doch noch was. Ah, hier. Ah, auch wieder nur Gold. Oh, da ist noch mehr. Äh. Lass mich durch. Das piazt. Ich bin durch. Hm. Neun. Ja. Brauchen wir nicht mehr. Einmal speichern und die nächste Tür öffnen. Oh, nee, da ist noch was. Komm in meine Tasche. Du liebes Gold. Da war noch mehr, ne? Ah. Ah. Hm. Gut, ich hol dich ja schon. Ich kann dann auch nicht anders. Ich muss es einfach mitnehmen. Gut. Zu verkaufen. Ey, ihr macht euch gut da oben. Sieht schick aus. Bravo. Überstandene Kälte. Ach, ein Wiedergänger. Natürlich, ne? Hm. Hier machen wir erstmal eine Wiener hin. Nein. Nicht mich. Ei, ei, ei. Kommt mal alle hier hin. Jetzt bräuchte ich genau die drei. Pounce. Perfekt. Alter, das ist so eine geile Kompo. Autsch. Bin zu gut. Geh weg. Au, 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 au. Extra nochmal für dich hier Feuer raushauen, ne? Hier, nochmal. Ja. Singer. Einfach nur gut. Oh. Und wieder Gänger. Stirb. Das war die Kältekammer. Ha. Oh, jetzt liegt hier aber viel Ruhm. Wiedergänger Herz. Ist, glaube ich, auch für eine Ingredienz für Runen. Aber ich weiß es jetzt nicht genau. Das ist alles nur Gold, ne? Ja. So. Was haben wir noch? Irgendwo ist er hier noch. Wah. Ach, da auch noch. Sag mal. Und hier rüber. Komm schon. Schabbat. Nimm's auf. Dann haben wir ja auch noch die Gehskammer vor uns. Ich schneide euch das heute einfach zu einer Folge zusammen. Was soll's. Wir sind ja zwar schon am... Ja, hart. Hart an der Grenze. Aber ich will ja mit euch dann nächste Folge der CSC einfangen. Und ich glaube, es ist dann... Heute müsste ja Sonntag sein. Ich war letztes Mal schon verwirrt in der letzten Folge. Ne, ich glaube, heute ist Sonntag. Heute ist Sonntag. Sag mal. Hört denn das hier überhaupt noch auf? Haben wir jetzt alles? Ja, endlich. Doch nicht. Ist egal. Komm. Hier, Schabbat. Piu, 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 piu. Los. Ähm. Ausgezeichneter Gürtel. Gut. Oh, Kälte-Resistenz. Sollten wir wohl angeblich mitnehmen ins CSC-Gebiet. Piu, piu, piu. Sehr schön. War hier jetzt was noch? Nö. Dann gehen wir jetzt ins Geist. In den Geistweg. Mann, dann haben wir aber viel geschafft heute. Und überhaupt. Und sowieso. Die letzten Folgen ja auch schon. Ähm. Geist. Hier haben wir schon die erste Kammer. Wüssten wir schon. Ja. Die zweite haben wir auch schon. Also fehlt uns auch die letzte Tür. Och, nö. Weißt du. Komm. Geh drauf, links. Äh. Finden die überhaupt einen Weg? Wollen wir euch alle mal wieder sammeln? Hier so? Komm. Geh hin. Oh, was lebt da noch? Okay, das war's. Ja, den Sarkophag oder das Grab haben wir ja auch schon mitgenommen. So, wenn's jetzt nicht passt, hab ich irgendeinen Fehler gemacht. Komm schon, komm schon, komm schon. Yes. Einfach yes. Geil. Wuh. Der besänftigte... Ja, natürlich. Hier. Friss mal, Geist, weil du... Eigentlich sind die Anfälle, dich begeistern. So. Bleibt ja aufgetaut. Und nochmal eine Steinkaufs. Wollt ihr euch wieder sammeln? Oder so? Mach auch ne Mine hin. Ich sag's euch. Perfekt. Haha. Diese Kombo ist so nice. Genial. Mit den ganzen Bienen zusammen, das macht richtig Spaß. Oh. Verdammt. Hier. Yep. Das sollte es gewesen sein. Nee, doch nicht. Lebt noch. Nee. Nicht mehr. Veröldische Breitachs. Was droppen die hier? Ein stolzer Ort. Finde heraus, was sich dahinter befindet. Ja, wie, was, wo? Gibt's hier noch ne Tür? Äh, müssen wir gleich mal schauen. Vielleicht gibt's hier noch so ne Extratür. Äh, irgendwas röchelt hier. Oh ja. Irgendwas röchelt hier noch hinter den Wänden. Irgendein Tier mit Winterschlaf. So hört sich das an. So. Ausgezeichneter Gürtel. Überragende Ruhe des Geistes. Ja. Okay. Kann man machen. Und jetzt gib mir. Piep, piep, piep. Yay. Piep, piep, piep. Sehr schön. Finde heraus, was sich dahinter befindet. Schauen wir gleich mal auf der Karte, wo das sein soll. Das ist... Tja. Ein stolzer Ort. Die Tür im Herzen des Tempels hat sich gelohnt. Tja, wo soll denn das sein, bitte? Ist da hinter irgendwo noch ne Tür? Der Bulle steht dort drauf, wenn er vermöbelt wird. Das wissen wir ja jetzt mal mittlerweile schon. Oh Mann, ich überziehe schon hart und ich weiß jetzt nicht, wo diese Tür sein soll. Aha. Natürlich war da noch ne Miene. Natürlich. Vielleicht ist in der Haupt... In der Haupthalle... Ach ja, ach ja, stimmt. Genau, die große Tür. Ja, natürlich, natürlich. Wir haben echt alles, ne? Wow. Oh, nö, nö. So war's. Wieso bist du denn da? Ähm... Ja, danke, Origin, aber es ist gerade unnötig. Scheiße, warte. Ja, wir haben Stufe 24. Das ist perfekt. Oh, das läuft ja wie geschmiert heute. Genau das brauchen wir, um in das DLC-Gebiet zu gehen. Uh. Toll, einfach grandios. Komm, geht rauf jetzt. 23. Ach, kein Problem. Auß, ich bin jetzt Stufe 24. Aha. Hihihi. So, noch ne Miene und noch ein bisschen Feuer. Und da knickt er ein. Ah, 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 was ist das? Lesen. Plündern. Na komm, das war jetzt schon nicht so herausfordernd hier. Oh, aber du hast mir was Schönes hinterlassen, wie ich sehe. Reine Blitzessenz. Finde ich gut. In Schrift im Oasentempel. Ganz dünn in den Steinen graviert, sieht man eine Gestalt in Ketten. Zwei andere Personen haben ihren Blick davon abgewandt. Die Schrift unter dem Bild ist uralt, aber Dorians, was? Dorians Bildung ermöglicht zumindest teilweise eine Übersetzung. Ach so, Dorian. Stolz auf unsere Errungenschaften und in unseren Herzen. Derselbe Stolz wird in ihm, in Klammern ein Wort, das verdorben oder verändert bedeutet. Er wollte, in Klammern nicht zu entziffern, fiel in Ungnade und wurde darum gebunden. Hierhin liegt tot, verborgen vor sterblichen Augen. Was wollen die jetzt mir sagen? Gib her. Gibt's hier nochmal Pew 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 Pew? Ähm, ausgezeichneter Gürtel, ein Dolz. Oh, auch sehr gut. Reine Blitzessenz, dreimal. Krieg ich nochmal Pew 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 Pew? Blitz. Elektrizität, ah, Pew 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 Pew, geil. Ja, das war ja das, was eigentlich immer gefehlt hat. Ja, Cassie. Natürlich. Freunde, damit sind wir mit der Oase und komplett mit dem Hauptspiel durch. Es fehlt nur noch das Finale. Wir werden in der nächsten Folge das DLC anfangen. Ähm, wie ich das Ganze mit dem Kartentisch handhabe, weiß ich noch nicht genau. Ähm, eventuell mache ich da auch ein bisschen was, ähm, auf Screen mal weg. Es wurde ja halt irgendwie nicht weniger. Gut, Freunde, wir sehen uns dann in der nächsten Folge zum DLC Hackungsfänge und ich freue mich auf euch. Ähm, bis dann und tschüss, tschüss. Bis dann. Danke.